Was würden Sie sagen, ist die größte Bedrohung auf der Weltbühne? Venezuela ist vermutlich bei weitem die größte Ressource für Öl auf dem Planeten. Warum steckt dieses Land mitten in einer der größten humanitären Krisen der modernen Geschichte? President Reyes! Los ha traicionado a todos! Sie befürchten, dass die Russen unter Geheimhaltung Waffen nach Venezuela verkaufen? Das würde zusammenpassen. Wenn das hier in die Nachrichten kommt, geraten Leute in Panik. Von den Waffen würde niemand in den Nachrichten erfahren, weil bis dahin keiner mehr leben würde. Business oder Vergnügen, Jack? Ich arbeite hier. Was ist passiert? Reyes! Sehen Sie mich an, wurde sein Name erwähnt! Falls Sie dabei sind, dann ohne Absicherung. Niemand kommt uns retten. Wenn wir das machen, machen wir es zusammen. Damit kann ich leben. Wenn wir das machen, machen wir es zusammen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020